Musik Musik Das ist ein Lecker, der hat. Jetzt kommt der Autostuch nicht. Oh, das ist jetzt gut. Ja, 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 nein, nein. Alles in Ordnung. Alles gut, alles gut. Guten Abend, Guten Abend. Liebe Leute, ihr wisst ja, ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt so ein bisschen. Ihr seid nicht zu meinem 25er da, sondern doch schon zu meinem 30er. Das ist mein Schatz. Das ist einer von meinen, ja. Ja, wenn man so alt wird, ich sag's Ihnen, dass es nichts andauernd werden wird zum Arzt. Aber jetzt war er neulich wieder. Und er sagt, alles in Hoffnung, alles Bestens. Ich habe hundert Prozent Sehkraft und sowas. Also, man hat alles... Weißt du jetzt, was Sie da haben? Weißt du jetzt, was Sie da haben? Nein, 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 nein. Also, das hat der Doktor schon mal gesagt. Also, es funktioniert auf keinen Fall, dass Sie da haben. dass Sie da nicht über meine Hohnen weißt. So sicher. Es funktioniert überartig. Ja, und auch mit Hören ist alles in Ordnung. Ich tue einwandfrei hören und sowas. Also, kein Problem mehr. Und das war ja bei dem Spiel mit. Ja, das war ja bei dem Spiel mit. Hören wir alles. Hören wir alles. Hören wir alles. Nur 20 Prozent hören Sie. Was? 20 Prozent! Gar nichts sei. Nichts aber auch! Was? Also, bitte. So nicht, so nicht, so nicht. Was ist das jetzt, was Sie? So nicht. Ich bin schon so viel drauf und so. Ja, wenigstens hat er gesagt, also, Leber und so, auch alles locken. Also, Alkohol ist kein Problem. Jeden Tag ein Schnapsle, und nicht mehr hundert Arbeit und sowas. Also, da ist der Punkt. Der Doktor hat gesagt. Der Doktor hat gesagt. Die Lehrer-Werde. Da können jetzt die Punkte schreiben in Frenzburg, wo du Wollfahrten sollst, gell? Können wir mal ein paar Bewerkballen und so weiter. Ja, ja, so sieht's nämlich aus, von wegen der Lehrer-Werde dahin. So lieb. Sehr gut, warum wir heute hier sind, ich möchte ein paar Leuten da bedanken, dass sie heute gekommen sind. Also... Reka, ist nicht okay, gell? Nicht? Wolltet sie gerade, Reka, gell? Nein. Sie wissen genau, was das heißt, gell? Also gut, da wir ja schon mal alle so beieinander sind, für den Abend und so, möchte ich ein paar Leuten für den heutigen Abend danken. das sind zum einen Margit und Dieter, mit Bedienung, mit der Lisa, und dafür eine Kleinigkeit, hallo, hallo, jetzt mach halt auch mal was hier. Entschuldigung, entschuldigung, das war eigentlich nicht auch die Musik, wie wir da machen. Ja, aber natürlich gibt's eigentlich einen Applaus für Margot Dino, und ich sag's einer, ja, 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 ja. Der Herr hinter mir, der hier so wunderschöne Musik macht und auch nachher noch ein bisschen hoffentlich unterhaltung sorgst. Für den DJ Palli haben wir auch eine Kleinigkeit. Ich danke meinen beiden Cousins, die heute extra aus Frankfurt samt Anhang hergekommen sind, um sich da so richtig durchpassen zu können. Wenn ihr die Magik nachher noch kracht, packt euch bestimmt auch was ein. Und jetzt ist es zum Schluss. Lauf, mach halt auch mal was. Meine Eltern möchte ich heute danken, dass sie mittlerweile nach vier Wochen schon wieder da sind. Ja, das ist bis jetzt schon hoch. Für die Vollzeitigkeit. Was willst du bringen? Aber sicher doch. Meine Gespräche hast du auch nicht. Richtig. Genau. So. Da noch. Meine Fast Schwiegereltern, die drin dabei auch schon etwas älter sind. Ich hab's nicht gewonnen. Die immer auf dem Wind aufpassen würde ich sagen. Sache geht's! Die schwiegen den Ball. Ja ja! Die ging laut. Recht gut. Wirklich ja auch! Die lassen nichts kommen! Ja, was denn? Komm wir! Ja, es ist nicht so. Wir haben gar nicht genug bekommen! Oh ja, ich bin schon ein Augenweide. Ich bin schon ein Augenweide. Aber ich bin nicht schweigen. Ich hoffe, dass ihr den Weg schränkt. Äh, in fünf Jahren. Oh, da ist das. Oh. Und zu guter Letzt meiner Freundin, Melanie, komm mal bitte vor, die sich jetzt halt, da der Ziegen weg ist, auch noch ein bisschen um mich kümmern muss, die man festgestellt hat, die er heute auch nachher ein bisschen Kuchen gebacken hat. Der möchte ich natürlich auch noch danken und dafür habe ich Zeigerkosten und Mühe gescheut und habe den Michael Dino eingeladen mit seinen Superlids. Und der kommt jetzt gleich. Das hat er bei euch. auch in den Tischte beim Abschlussrunden. Nein, du möchtest nicht. Also, der Krebs tut nur rein, ich weiß, das habe ich nicht mehr. Der Krebs tut nur rein, ich weiß nicht, das habe ich nicht mehr. Ist nur rein, ist nur rein, ist nur rein. Ja, ha, ha. Dann hat er der Krebs zurück gesagt, wenn ich noch ein Trino schubig kann und alles dann, ja, was taugt, dann müssen wir halt, ja, eine schöne Basis aus. Eine schöne Basis, der Basis ist ja auch. Ah, die Glas, ja. Die Glas-Base, die Glas-Base. Jetzt habe ich die Hose, die Hose, die an. Die Hose, die an. Alkommige Hose, die Hose, die an. Ist du denn jetzt Wahnsinn? Das tut mir, Schau. Das tut mir, Schau. Aber mehr, das nicht. Nein! Nein! Aber das war einer Superschein. Wow! Boah, wie schöne Schale! Dann haben wir heute noch was anderes drinne. Lieber Schatz, möchtest du mich einladen? Applaus 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 Bravo! Ja, geht doch jetzt nochmal ein Film, oder? Wow! Das fährst du nochmal auf, nicht jeden Tag! Wow! Klasse! Wow, jetzt geht der Hotsenk, denn ich war'n DJ. Wow! 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 Wow!